Ja, kommen wir zu ein paar Fachbegriffen, Informatik, wenn wir die Befehlsblöcke hier haben, ein Befehlsblock ist eine Anweisung, wenn man dann zwei Befehlsblöcke zusammenschiebt, dann hätten wir schon eine Sequenz, hier die Sequenz, geht es in Schritte, sagt Hallo, okay, dann können wir das Ganze noch schachteln. Das heißt, wir können hier wiederholen, machen wir mal Wiederhole mit fester Anzahl, diese Sequenz müssen wir dann hier reinpacken, zehnmal möchte ich es jetzt nicht machen, dreimal reicht mir. Wenn ich jetzt die Fahne anklicke, wiederholt er dreimal, geht zehn Schritte und sagt Hallo. Hier spricht man dann schon von einer Schachtelung.